Unser Gehirn liebt es, den Alltag zu standardisieren. Grundsätzlich sind Gewohnheiten neutral. Wichtig, wirklich prägt euch das ein. Wenn wir nicht wissen, was der Auslöser sind, sind wir das Opfer unserer Gewohnheiten. Die Gewohnheiten sind das Werkzeug im Grunde genommen, um unsere Ziele, unsere Visionen aus der Zukunft in unser Hier und Jetzt zu geholen. So, moin Leute, ich komme hier vor wie der letzte Oberlehrer gerade. Aber ich glaube, für dieses Thema, um das auch theoretisch zu verstehen, und es ist ein extrem wichtiges Thema mit einem, ich verspreche es dir, richtig wichtiger Content für dich, finde ich es wichtig, das mal aufzuzeichnen, auf eine Tafel zu schreiben. So, um was geht es? Im letzten Video haben wir uns beschäftigt mit deinen Zielen und mit deinen Visionen. Wir sind genau durchgegangen, wie kann man genau Ziele definieren, was ist wichtig, wenn man seine Visionen findet, was gibt es für Glaubenssätze, die wir gegen sprechen können und so weiter und so fort. Ich will gar nicht wahnsinnig weiter darauf eingehen. Was mir nur wichtig ist, wenn du heute das Maximale aus diesem Video ziehen möchtest, solltest du auf jeden Fall deine Ziele, deine Visionen ganz klar vor dir haben. Das ist die Grundvoraussetzung, um wirklich 100% hier rauszuziehen. Oder du schaust dir einfach das letzte Video nochmal an. Genau, gehst einmal die Schritte dort durch und hast dann deine Ziele und deine Visionen ganz klar vor dir. So, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast die Ziele und Visionen klar vor dir. Problem ist bei unseren Zielen und bei unseren Visionen, die wabern da wunderschön in der Zukunft vor sich hin. Sie geben aber keine, ja, sie geben keine klaren Handlungsanweisungen für unseren Alltag. So, umso größer die Ziele, umso größer die Vision, umso größer letztendlich auch die Schritte eigentlich, die wir gehen müssen. Was ist das Problem bei großen Schritten? Wir gehen entweder gar nicht erst los und wenn wir losgehen, genau, kehren wir halt viel zu schnell wieder zurück. Deswegen geht es mir heute in dem Video darum, dass wir aufhören, ja, im Konjunktiv im Grunde genommen zu leben, sondern wirklich unsere Ziele, unsere Visionen zu unserer Identität machen, in unseren Alltag holen und im Hier und Jetzt auch wirklich schon diese Ziele umsetzen. Und wir machen uns zunutze, um das zu erreichen, die Macht der Gewohnheit. Und das ist tatsächlich, das ist glaube ich nicht übertrieben zu sagen, es ist wirklich die Macht der Gewohnheit. Genau, aber darauf gehe ich gleich ein. Der Trick ist es, jetzt eben deine Ziele, deine Visionen zu nehmen, zu ganz kleinen Handlungsschritten runterzubrechen und dann diese kleinen Handlungsschritte als Gewohnheiten in deinem Alltag zu implementieren. Um diese Macht der Gewohnheit wirklich nutzen zu können, es ist wichtig, dass wir nicht länger Opfer unserer unbewussten Gewohnheiten sind, sondern dass wir wirklich das ganze Potenzial von Gewohnheiten, was Gewohnheiten tatsächlich hat, auch wirklich für uns nutzen. Und um das für uns maximal nutzen zu können, müssen wir uns genau und leider auch etwas theoretisch einmal mit der Beschaffenheit von Gewohnheiten auseinandersetzen. Und dafür werde ich mich mit fünf Fragen in diesem Video auseinandersetzen. Oh Gott, ich habe schon früher mal gehasst, an die Tafel zu gehen, irgendwas zu schreiben. Weniger, weil ich nicht wusste, was auch manchmal der Fall war, sondern mehr wegen meiner schönen Handschrift und wegen meiner großen Schwester, die sich immer lustig darüber gemacht hat. Also deswegen bleiben wir bei wenigen Worten. Meine erste Frage ist, die ich beantworten will, was genau sind eigentlich Gewohnheiten? Das zweite, wo für sind Gewohnheiten gut? Das dritte und das ist das Entscheidende, welche Eigenschaften haben Gewohnheiten eigentlich? Das vierte ist der Grund, warum spricht man überhaupt von der Macht der Gewohnheiten? Was ist eigentlich diese Macht der Gewohnheiten? Und das fünfte und entscheidende ist, zack, wie können wir diese Macht der Gewohnheit für uns nutzen? Das sind die fünf Fragen, die ich beantworten möchte. Ich verrate jetzt schon, das Video ist eine kleine Videoreihe von wahrscheinlich drei Videos. Heute genauer über die Beschaffenheit der Gewohnheiten. Nächste Woche wahrscheinlich, wie man sich Gewohnheiten überlegen kann und implementieren kann, neue Gewohnheiten. Und im dritten Teil, wie man schlechte Gewohnheiten oder alte Gewohnheiten ablegen kann und ersetzen kann. So viel zur Reihenfolge dieser Videoreihe. Das werde ich, bis er runterfällt, mache ich es. Und noch länger. Also, was genau sind Gewohnheiten? Gewohnheiten sind im Grunde genommen völlig automatisierte Verhaltensweisen in deinem Alltag. Wir kennen unsere Gewohnheiten eigentlich nicht, wenn wir uns ihnen nicht bewusst machen. Das ist auch die Krux an der ganzen Geschichte. Ich habe gelesen, 40%, 45% der Gewohnheiten oder der Handlungen, die wir machen an einem Tag, sind alle automatisiert. Das sind alles Gewohnheiten. Wir denken nicht mehr darüber nach, wir machen sie einfach. Also Gewohnheiten, wichtig zu wissen oder zu verstehen, sind vollkommen automatisierte Handlungen, Verhaltensweisen in unserem Alltag. Zweite, wofür brauchen wir die Gewohnheiten? Da kann ich empfehlen, Gerald Hüther gibt es einen bei YouTube, Gewohnheiten Hüther. Der erklärt es wunderschön aus der Gehirnforschung heraus. Das ist wirklich überragend und hochspannend, wer sich intensiver damit beschäftigen möchte. Ich mache das jetzt mal kurz und oberflächlich. Unser Gehirn ist letztendlich so strukturiert, dass es so wenig Energie wie möglich, so wenig Aufwand wie möglich für alltägliche Sachen machen möchte. Unser Gehirn liebt es, den Alltag zu standardisieren. Alles soll automatisch ablaufen, damit die wichtigen Entscheidungen wie Hilfe, da kommt ein Tiger, ich muss schnell wegrennen oder die großen Sachen, dass die Energie dann da reingesteckt werden kann. Also Energie runterfahren, nicht viel Aufwand haben, keine schweren Entscheidungen treffen oder sonst irgendwas, sondern einfach ein Standardprogramm. So ist unser Gehirn programmiert. Wir sprechen ja ganz oft von guten Gewohnheiten oder von schlechten Gewohnheiten. Viel öfter sprechen wir wahrscheinlich von schlechten Gewohnheiten, von schlechten Angewohnheiten oder sonst irgendwas. Wichtig ist, grundsätzlich sind Gewohnheiten neutral. Es gibt keine guten Gewohnheiten, es gibt keine schlechten Gewohnheiten. Es gibt nur, wenn ich ein Ziel habe, gibt es halt Gewohnheiten, die bringen mich meinem Ziel näher. Und es gibt Gewohnheiten, die bringen mich halt meinem Ziel weiter weg. Also wenn ich das Ziel habe, einen gesunden Körper zu haben und ich habe die Gewohnheit, Fastfood ständig zu essen, bringt mich diese Gewohnheit dem Ziel weiter weg. Es ist nicht per se eine schlechte Gewohnheit. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass Gewohnheiten immer nur im Blick auf das Ziel hin positiv oder negativ sind. Und aus dem Grund versuchen wir natürlich jetzt oder in den folgenden Videos dann Gewohnheiten zu etablieren, die positiv sind, uns unserem Ziel näher bringen und die zu eliminieren oder zu ersetzen, die uns von unseren Zielen wegbringen. So, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Da hole ich auch gnadenlos den roten Stift hervor. So, die Muster. Was für ein Muster hat eine Gewohnheit? Die sind immer gleich aufgebaut. Ich beziehe mich jetzt hier an der Stelle. Oh Gott, wo liegt das Buch? Ich muss das Buch gleich nochmal holen. James Clear, die Ein-Prozent-Methode. Überragendes Buch. Gehe ich später nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Der hat es folgendermaßen definiert. Er sagt, eine Gewohnheit hat immer einen Auslöser. Oder ein Auslösereiz, glaube ich, wie er sagt. Auf diesen Auslösereiz oder Auslöser entsteht immer ein Verlangen. Ver-lang-gen. Und daraufhin gibt es eine Reaktion. Und danach erfolgt die Belohnung. Ich bin gerade noch hingekommen. So, dieses Muster hat jede Gewohnheit hat genau dieses Muster. Und James Clear spricht von der sogenannten Feedback-Schleife an der Stelle. Ich male das jetzt mal so auf, weil ich mir das in meinem Kopf so vorstelle. Und zwar, wir haben immer, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir kommen in einen Raum, der Raum ist dunkel. Der Auslöser ist, ja, Tür auf, dunkler Raum. Unser Verlangen ist sofort, völlig automatisch. Oh Mist, ich will sehen. Ja, da denkst du ja nicht drüber nach. Und was machst du? Was ist deine völlig automatische Reaktion? Du suchst den Lichtschalter und drückst drauf. Völlig automatisch. Und die Belohnung ist natürlich, dass wir sehen können. Wenn du jetzt mal vorstellst, du würdest auf den Lichtschalter drücken. Und der würde nicht angehen, weil wir nie Strom hätten oder weil die Lichtschalter nicht funktionieren würden. Und du würdest mit Sicherheit ganz schnell wieder aufhören, auf Lichtschalter zu drücken, die nicht angehen. Also, naja, stimmt nicht. Ich mache manchmal den gleichen Lichtschalter an von dem Licht, der jetzt nicht repariert hat. Aber so krass ist die Gewohnheit. Die muss erst mal wieder raus. Aber ihr habt das Prinzip verstanden. Also, oder Zähneputzen zum Beispiel ist auch so. Ich stehe morgens auf, aufwachen, schlechten Geschmack im Mund. Mein Verlangen ist sofort, Geschmack verbessern. Meine Reaktion ist, Zähneputzen, die Belohnung ist, einen guten Geschmack zu haben. Genauso jetzt mal negative, oder was heißt negativ, Rauchen zum Beispiel, Auslöser. Ganz oft Stress, würde ich behaupten. Das Verlangen ist, Entspannung, durchatmen, sich einen Moment nehmen, was anderes denken. So, das ist wahrscheinlich das Verlangen dahinter. Die Reaktion ist, Kippe auspacken, anzünden. Die Belohnung ist, tief durchatmen. So, das ist eine ganz, ganz starke Gewohnheit. Und das ist immer wieder das gleiche Muster dahinter. Wichtig, wirklich prägt euch das ein. So, die entscheidende Frage ist jetzt, warum sprechen wir von der Macht der Gewohnheiten? Und ich verdeutliche es dir und danach wird dir klar sein, warum das wirklich eine Macht ist, die die Gewohnheit hat. Wie gesagt, unsere Gewohnheiten laufen normal vollkommen unbewusst ab. Wir wissen nicht genau, was unser Trigger war. Was war der Auslöser, dass ich jetzt schon wieder einen Keks gegessen habe? Was war der Auslöser dafür, dass ich heute keinen Sport gemacht habe? Was ist der Auslöser für so viel Alltägliches, was ich tue? Und wenn wir nicht wissen, was der Auslöser sind, sind wir das Opfer unserer Gewohnheiten. Und das Krasse ist, diese Gewohnheiten sind letztendlich ein Riesenteil von unserer Identität. Also meine Denkgewohnheiten sind ein großer Teil von meinem Wertekonstrukt, von meiner Einstellung. Das, was ich wiedergebe, dafür, wofür ich stehe, hat ganz viel mit meinen Denkgewohnheiten zu tun. Was ich als Idee bekomme, ist eine Gewohnheit in mir und macht meine Werte aus. Oder meine emotionalen Gewohnheiten, wie ich emotional auf gewisse Dinge reagiere, ist ein Großteil von meinem Charakter. Die Kunst ist jetzt, und deswegen ist dieses Warum so wichtig, die Bewusstwerdung oder die Bewusstheit wieder zu erlangen über unsere Gewohnheiten. Und dann ganz bewusst diese Gewohnheiten, die wir nicht wollen, ersetzen durch Gewohnheiten, die wir wollen, oder ganz neue Gewohnheiten in unser Leben reinholen. Und auch die Macht der Gewohnheiten, du musst dir überlegen, wenn du einfach nur anstatt, keine Ahnung, zu rauchen zum Beispiel, 10 Minuten laufen würdest. Was für eine unendliche Veränderung hättest du in einem halben Jahr, jeden Tag, anstatt der Zigarette zu rauchen, 10 Minuten rausgehen zu laufen. Also das ist das Krasse und das ist diese 1% Methode von James Clear auch. Du hast tagtäglich eigentlich nur eine relativ kleine, dann sagt er an 1%, du veränderst eine Sache, jeden Tag um 1% ist jeden Tag eigentlich eine kleine Veränderung. Das Ausmaß der Veränderung, wenn du es wirklich zu einer Gewohnheit gemacht hast und wirklich lange durchziehst, ist gigantisch. Und ich glaube, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir die Macht nutzen, diese Gewohnheiten für uns. Und das ist ja, wie ich gerade schon ein bisschen erwähnt habe, wir müssen uns strukturell und mit System erst einmal unserer Gewohnheiten bewusst werden. Welche Gewohnheiten haben wir? Welche Trigger haben wir? Wie belohnen wir diese? Welches Verlangen wird ausgelöst und welche Reaktionen kommen da? Genau, ich habe James Clear, das ist das eine Buch, was ich empfehlen kann. Das andere Buch ist von Charles Duhigg, glaube ich. Charles Duhigg, die Macht der Gewohnheit und der nimmt den Teil raus und nimmt den die Routine. Also kann auch sein, dass euch das in anderen Videos begegnet oder in anderen Büchern begegnet. Das ist die Routine, die wir uns antrainiert haben. Das Verlangen, was ausgelöst wird und die Reaktion darauf, die wir machen. So, um einen kleinen Ausblick auf das nächste Video zu machen, wie wir uns neue Gewohnheiten antrainieren können. Wir müssen uns bewusst werden, was unsere Gewohnheiten sind. Wir müssen uns bewusst werden, wie wir Gewohnheiten etablieren können, welche Eigenschaften die Gewohnheiten haben, damit sie so einfach in unser Leben kommen, wie alle negativen Gewohnheiten. Also die Sachen, die wir eigentlich nie so gerne in unserem Leben haben wollen, wie eventuell Netflix gucken, wie eventuell Fast Food essen, wie eventuell YouTube-Videos schauen, die kommen sehr, sehr einfach und sehr, sehr gerne in unser Leben. Und wir müssen sie sehr aktiv eigentlich draußen halten. Wenn wir verstehen, wie das funktioniert, können wir sehr achtsam damit umgehen und können uns sehr bewusst dafür entscheiden, welche Gewohnheiten wir implementieren wollen und welche wir wieder loswerden möchten. Also du siehst, die Macht der Gewohnheit ist meiner Meinung nach absolut keine Übertreibung, sondern die Gewohnheiten sind das Werkzeug im Grunde genommen, um unsere Ziele, unsere Visionen aus der Zukunft in unser Hier und Jetzt zu geholen. Wenn du das mal verstanden hast, geht es gar nicht mehr so sehr um die Ziele, die da in der Zukunft irgendwo sind, sondern es geht vielmehr um die ganz entscheidende und sehr bewusste Frage, wer will ich heute sein? Wer will ich genau jetzt in diesem Moment sein? Und die Frage kannst du dir ja wirklich jetzt, wo du vor dem Video sitzt und dir das anschaust, kannst du dir die Frage stellen. Und das gibt einem meiner Meinung nach so viel Macht wieder, weil man sofort anfangen kann, die Dinge zu ändern. Du kannst sofort anfangen, deine Gewohnheiten zu ändern. Klar, vielleicht musst du dir noch das Video angucken, das nächste. Aber wirklich, ich meine das ganz ernst, diese Macht, und wenn du das mal gespürt hast, ich kriege immer so Gänsehautmoment ein bisschen, wenn ich das einmal so wirklich zutiefst veränderlicht habe, denke ich, geil, da habe ich so Bock auf den nächsten Tag, um diese neuen Gewohnheiten zu rocken. Genau, so viel, ganz kurz, hier. Ja, James Clear, die 1%-Methode, ein absolutes Meisterwerk, nennen wir es so, für genaue Gewohnheiten. Ja, ich werde dieses Buch noch fertig durcharbeiten, aber dann wird es auch verlinkt auf jeden Fall hier unten in der Videobeschreibung. Ich gebe es aber auch sehr, sehr gerne weiter. Ich habe da zwar drin rumgekritzt und rumgearbeitet meine Gedanken reingeschrieben, ich verleihe es aber gerne an dich, wenn du Interesse hast, schreib mir unten in die Kommentare. Dann schicke ich es dir total gerne zu, vielleicht können wir es auch untereinander weiterverleihen und dieses Buch zu unserem gemeinsamen Buch machen und jeder schreibt seine Gedanken rein und dann wird es halt weitergeschickt. Das ist so meine Idee. Kurzer Ausblick, das nächste Video wird sich, und das ist der wichtigste Teil aus diesem Buch, um die vier Gesetze, die vier Gesetze der Verhaltensänderung von James Clear, ich behaupte mal, dass sie von ihm sind, ich denke, das ist so, drehen. Also vier Gesetze hat er definiert, der Verhaltensänderung beruht auf den Methoden oder der Theorie und den Grundlagen von Gewohnheiten. Dritte Video, was kommen wird, ist, wie kann ich schlechte Gewohnheiten oder negative Gewohnheiten oder Gewohnheiten, die mich nicht zu meinem Ziel bringen, wie kann ich die eliminieren beziehungsweise ersetzen. Ich verrate schon mal, die werden ersetzt, die werden nicht eliminiert. Und ein viertes Video wird wahrscheinlich kommen und das ist wahnsinnig entscheidend. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau wie. Was mache ich mit dem einen Tag, an dem ich scheite, an dem ich meine neuen Gewohnheiten nicht umsetzen kann? Das ist extrem wichtig, bereite dich auf den Tag vor, wo dein Kartenhaus zusammenbricht. Wenn du darauf vorbereitet bist, berechnen wir nicht alles zusammen. So viel zu den kommenden Videos. Ich freue mich, wenn ihr hier mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr von der Theorie haltet. Überhaupt, mich interessiert auch mal so, erkläre ich das soweit ganz gut? Soll ich schneller sein? Soll ich langsamer sein? Soll ich deutlicher werden? Wie auch immer, gibt, please give me Feedback. Schönen Tag euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.